Wir sind heute in Burgdorf, zusammen mit Fighter5, ehemals Hairdryer, wo man den ersten so wahrscheinlich vier Videoclips dreht. Wir treffen gerade die letzten Vorkehrungen für den ersten Shot. Es braucht auch ein wenig Zeit, bis man alles aufgestellt hat. Dafür kann man dann einfach alle Shots durchmachen, wenn das Setting stimmt. Wir sind am Warten auf Felix, der Keyboarder. Wir sind alle Einzel-Performances am Filmen, jeweils in zwei bis drei schwierigen Einstellungen. Wir sind unglaublich hier. So ein Skatering haben wir noch nie erlebt. Das ist übrigens Simon, der ist für das Licht verantwortlich. Und das hier hinten ist die Frau, die so gut kocht. Wir sind in der Fast Lane. Wir sind in der Fast Lane. Wir sind in der Fast Lane. Der Dreitag mit Fighter5 ist vorbei. Wir schauen auf einen super Tag mit coolem Shotztruck und sagen Tschüss Burgdorf. Wir sind in der Fast Lane. 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 Wir sind in der Fast Lane.